Badem-Württemberg International ist ein Schalter für die weltweite Vernetzung des südwestdeutschen Bundeslandes. Aus der Idee einer Exportstiftung im Jahr 1984 ist heute ein modernes Kompetenzzentrum zur Internationalisierung von Wirtschaft und Wissenschaft geworden. Unser Land Badem-Württemberg hat sich zu einem der bedeutendsten europäischen Wirtschaftsräume entwickelt. Zu einem Land voller Ideen. Es sind die Tüftler und Denker dieses Landes, die es zu einem herausragenden Innovationsstandort für erfolgreiche Unternehmen, exzellente Hochschulen und leistungsstarke Forschungseinrichtungen machen. Wir vernetzen diese Akteure und ihre Ideen untereinander, unterstützen sie und transportieren ihr Potenzial in die Welt. Um internationale Partnerschaften aufzubauen, neue Märkte zu erschließen, zusätzliches Wachstum zu generieren und nachhaltigen Wissensaustausch zu tätigen und so langfristig den Erfolg Badem-Württembergs zu sichern. Mit individuellen Dienstleistungen und Lösungen bieten wir so lokalen Ideen das Sprungbrett in die globale Welt. Um einen Kontakt in internationale Wachstumsregionen aufzubauen, veranstalten wir regelmäßig Informationsreisen in zahlreiche Länder. Vor Ort initiieren wir Kontakt- und Kooperationsgespräche. Hier werden erste Verknüpfungspunkte aufgebaut oder der Dialog fortgeführt. Wir organisieren Gemeinschaftsstände auf internationalen Industrie- und Hochschulmessen im In- und Ausland, um Präsenz zu steigern. Und laden zu Vorträgen und Veranstaltungen wie dem Baden-Württemberg-Forum oder wissenschaftlichen Workshops, um unseren Ideen internationale Plattformen zu geben. Mit Know-how und langjähriger Erfahrung unterstützt unser Büro in Nanjing die Mittelständler des Landes beim Markteinstieg in China und die Hochschulen bei der Suche von Kooperationspartnern. In Verbindung mit Öffentlichkeitsarbeit und Standortmarketing geben wir unserem Bundesland im weltweiten Wettbewerb die Strahlkraft, die unsere Ideen brauchen. Mit diesem gebündelten Engagement sorgen wir für neue Verbindungen, die unser Land bereichern. Internationale Unternehmer, Wissenschaftler, Studierende und Fachkräfte richten ihren Fokus auch auf Baden-Württemberg, besuchen uns und sorgen für anregenden Austausch. Das hilft neuen Ideen, die den wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Erfolg des Standorts Baden-Württemberg sichern. Seit 30 Jahren vernetzen wir die Innovationskraft von Baden-Württemberg weltweit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017